Aber wie wir alle wissen, ist Unternehmertum nicht ein Wettkampf, sondern die Aneinanderreihung von 365, manchmal sogar 366 Wettkämpfe im Jahr, nämlich jeden Tag. Und ich schaffe es, einen Wettkampf damit zu bestreiten. Vielleicht auch 5. Aber was passiert mit den anderen 360? Du wirst ausfallen. Hi und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf YouTube. Mein Name ist Matthias Eser und als Unternehmensberater für M&A Transaktionen, also für Unternehmenszusammenschlüsse, für Fusionen, für Teilungen, für Unternehmensfinanzierungen behandle ich hier auf diesem YouTube Kanal zweimal wöchentlich, zumindest mindestens zweimal wöchentlich, relevante Inhalte, um dein unternehmerisches Handeln hinsichtlich dieser Thematiken solider aufzustellen. Ich habe mir jetzt hier erstmal eine schöne Tasse Kaffee mitgenommen, um heute mit dir über ein Thema zu sprechen, das in Zeiten extrem schnellen Unternehmenswachstums häufig unter die Räder gerät, nämlich Langfristigkeit. Und warum Langfristigkeit der einzig relevante Hebel ist, wenn du ein wirklich funktionierendes Unternehmen bauen möchtest, das dich am Ende von den Verlierern unterscheidet. Das ist ein harter Claim, aber Unternehmertum bedeutet ja erstmal Probleme lösen, Lösungen für andere Menschen schaffen und dabei ein Fundament über Jahre und Jahrzehnte hinweg aufbauen. Und dieses Fundament, das ist ja nicht nur für dich jetzt ganz konkret. Ich adressiere dieses Video logischerweise an die Eigentümer, an die Geschäftsführerinnen, an die Geschäftsführer da draußen, die selber im Driver Seat sitzen, die selber das Steuer in der Hand haben und Entscheidungen für sich, aber natürlich und vor allem würde ich mal behaupten, für andere Menschen treffen. Andere Menschen heißt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für Kunden, für andere Geschäftspartner, all das sind relevante Parteien, die du mit deinem Handeln, mit deinem Entscheiden direkt und indirekt beeinflusst. Und dieses Video ist natürlich auch ein Appell an die Verantwortung, an die unternehmerische Verantwortung, wirklich etwas zu bauen, was impliziten und inhärenten Wert mitbringt. Und ich sehe vor allem in dem Space, in dem ich besonders engagiert bin, das ist alles, was im Marketing mit Fokus auf E-Commerce-Bereich ja zugange ist, sehe ich ganz häufig alles, aber keine Langfristigkeit. Und ich sage euch jetzt die typischen Fehler. Bei mir kommen jeden Tag irgendwelche Terminbuchungen mit Leuten, die mir sagen, ja Matthias, ich brauche bitte ganz dringend 200.000, 500.000, 50.000, weil ich habe ein super Unternehmen und alles läuft spitze bei uns. Nur die Liquidität, die passt im Moment nicht. Und wenn ich dann versuche in diesem 20-minütigen Telefonat rauszufinden, warum die Liquidität nicht passt und dann wirklich nachbohre, also ich bin niemand, der glaube ich bekannt ist für einfache Fragen und für ein schnelles Zufriedensein mit Antworten, komme ich dann eigentlich dem Problem relativ schnell auf den Grund. Nämlich sitzt das Problem am anderen Ende der Leitung oder steht. Auf jeden Fall befindet es sich am anderen Ende des Hörers. Und diese illusorische Annahme, man wäre doch super aufgestellt, wenn nur diese zwei, drei Stellschrauben anders aussehen würden. Und dann wäre die Welt eine ganz, ganz andere. Ist einfach nur Bullshit auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigt jetzt diese Wortwahl, aber Unternehmertum, das ist wie ein Stuhl. Ich sitze jetzt hier auf dem Stuhl und dieser Stuhl, der hat vier Beine. Und wenn ich nur zwei von diesen vier Beinen beim Aufbau in den Fokus nehme und bei den anderen zwei irgendwie die Schrauben weglasse oder vergesse, das Ding zu verkleben oder sie gleich gar nicht montiere, den Stuhl dann nach außen gebe und mich dann wundere, warum ich selber oder dann der Kunde respektive einfach irgendeine andere Person von diesem Stuhl herunterfällt und sich wehtut, dann würde es niemanden wundern. Im Geschäft, und das glaube ich liegt wieder in der Natur unseres Menschseins, scheinen ganz viele Menschen damit überfordert, dass es relevante Dimensionen gibt, die alle einigermaßen gleich ausgeprägt sein sollten. Wir machen ein ganz typisches Beispiel im E-Commerce-Geschäft, wie gesagt, weil ich das eben sehr, sehr häufig begleite. Wir haben einen Shop und dieser Shop ist ziemlich schlecht im Fulfillment. Das ganze Logistikthema ist einfach noch nicht auf dem Status, wie es sein sollte, obgleich wir einen extrem gut funktionierenden Customer Acquisition Kanal haben. Also wir haben einen Kanal, der extrem gut funktioniert, um uns neue Kunden zu besorgen. Aber was bringt dieser neue Kanal, wenn die Logistik hinten bei geringsten Bestellmengen bereits an ihre Grenzen gerät oder vielleicht manchmal auch darüber hinaus und dann kurz vorm finalen Zusammenbruch steht? Es bringt überhaupt nichts. Das heißt, jeder gute E-Commerce-Consultant, jede gute E-Commerce-Marketing-Agentur wird dich dazu anhalten, ein System zu bauen, das, wenn vorne genug reinkommt, auch hinten genug abgewickelt werden kann. Jeder solide Berater da draußen, da gibt es bessere und da gibt es natürlich schlechtere. Ich nehme jetzt nur zwei, drei, die mir jetzt spontan einfallen, zum Beispiel die Bauligs oder ich glaube auch Sales Hacks. Ich bin weder bei den einen noch bei den anderen jetzt Kunden, die machen das zumindest einigermaßen gut, ohne dass ich jetzt Details darüber kenne. Denn die meisten sagen, wenn Vertrieb gepusht wird, dann muss es auch hinten weiterhin passen. Dann müssen die ganzen Themen wie Buchhaltung passen, dann müssen die Themen wie Steuern passen. Denn wenn eine Sache besonders stark ausgeprägt ist, zum Beispiel das Hinzufügen neuer Kunden, dann die Logistik vielleicht auch passt, aber das Thema Buchhaltung überhaupt nicht funktioniert, auch ein ganz häufiger Fall, der mir begegnet, dann wird dieses Geschäft kein langfristiges Geschäft sein. Denn die Ressourcen, die in dem Moment nicht auf diese Schwachstelle allokiert werden, zumindest nicht in dem notwendigen Rahmen, damit es auf dem Niveau der anderen beiden Bereiche, also Logistik jetzt in dem Fall und Customer Acquisition mithalten kann, wird sich später rächen. Denn spätestens, wenn die Kunden unzufrieden sind, wenn eine Betriebsprüfung kommt, wenn eine Steuerprüfung kommt, wenn der Steuerberater Rückfragen hat und man eigentlich merkt, dieses komplette Buchhaltungssystem ist für die Grütze, es ist nichts wert, dann ist das Thema Langfristigkeit passé. Dann müssen wahrscheinlich sogar die kompletten Aktivitäten auch in den ersten beiden Bereichen, ich wiederhole, Customer Acquisition und Logistik stark runtergefahren oder vielleicht komplett ausgesetzt werden, weil also dieser dritte Bereich, nämlich alles, was mit Financial Accounting zu tun hat, dermaßen schwach ist, dass es die eigentlich starken Bereiche egalisiert. Egalisiert liegt im Namen egal, also es relativiert das Ganze und fährt im schlimmsten Fall auf Null runter. Und dieses Nullsummenspiel solltest du nicht wieder und wieder und wieder betreiben. Ich mache dir ein anderes prominentes Beispiel, weil sie wirklich so häufig bei mir anlangen. Umsatzsteuer. Ja, ich bin eine ausländische Gesellschaft, ich als Geschäftsführer sitze zwar in Deutschland und eigentlich mache ich auch alles aus Deutschland heraus, aber ich bin ja so schlau, ich habe eine ausländische Gesellschaft, deswegen muss ich ja im Inland, also hier in Deutschland oder in Österreich oder egal für wen dieses Video jetzt entspricht, muss ich keine Umsatzsteuer bezahlen. Jetzt diese vorsichtige Frage, ist das denn überhaupt einmal in Absprache mit deinem Steuerberater oder deiner Steuerberaterin passiert? Wenn ich diese pauschalen und sehr mit Ego voll gesaugten Aussagen entgegengeworfen bekomme, dann merke ich, ich habe es hier mit wahnsinnig viel Meinung und nahezu mit keiner Ahnung zu tun. Und das müssen wir bereits jetzt differenzieren. Es gibt Menschen, die haben Ahnung und es gibt Menschen, die haben Meinung. Die Menschen mit sehr viel Meinung haben in der Regel wenig Ahnung und die Menschen mit sehr viel Ahnung haben in der Regel relativ wenig Meinung, zumindest in der ersten Wahrnehmung, denn die Meinung ist nachrangig. Wenn Dinge objektiv richtig oder falsch sind, funktionierend oder eben dysfunktional, also nicht funktionierend, dann gibt es darüber keine Meinungsdebatte. So, und so gibt es eben auch keine Meinungsdebatte darüber, ob ein Geschäft langfristig ausgerichtet sein sollte. Die meisten, die ein Geschäft betreiben, landen bei mir, weil sie entweder Geld wollen, das heißt, ich muss ihnen einen Investor besorgen oder ich investiere selber, oder sie wollen einen klassischen Exit machen, das heißt, sie wollen ihr Unternehmen verkaufen. Und jetzt müssen wir uns doch diese simple Frage stellen, welcher Investor würde sich dazu bereit erklären, ein Unternehmen zu kaufen, das darauf ausgelegt ist, kurzfristig einen gewissen Deckungsbeitrag und Jahresüberschuss zu erzielen, um im Nachgang alles auf null zu reduzieren, um die geschaffenen Probleme zu kompensieren. Das ist doch keine funktionale Einheit. Das ist so, wie wenn jemand sagt, naja, ich nehme jetzt als Sportler Schmerzmittel, kann dann super gut trainieren, vielleicht sogar den nächsten Wettkampf mitmachen, aber wie wir alle wissen, ist Unternehmertum nicht ein Wettkampf, sondern die Aneinanderreihung von 365, manchmal sogar 366 Wettkämpfen im Jahr, nämlich jeden Tag und ich schaffe es, einen Wettkampf damit zu bestreiten, vielleicht auch fünf. Aber was passiert mit den anderen 360? Du wirst ausfallen, du wirst nicht mehr performen und das ist keine Langfristigkeit. Langfristigkeit im Sport und ich bin jemand, ich komme aus dem Leistungssport, das heißt, ich habe sehr viele Beispiele und Äquivalente aus einem anderen Lebensbereich, die ich aufs Business anwende und die super gut passen, nämlich Prävention ist die viel bessere Rehabilitation. Wir wollen kein kaputtes System, wir wollen keinen kranken Sportler haben, um ihn danach zu regenerieren. Wir wollen einen prinzipiell gesunden Sportler, um den vielleicht auch langsamer, als das das eigene Ego definieren würde, wachsen zu lassen. Das gleiche im Geschäft, wir wollen ein Geschäft, das langsam und kontinuierlich wächst. Langsam ist optional, es kann auch kontinuierlich und stabil wachsen, wenn es schnell wächst. Das setzt aber voraus, dass derjenige oder diejenige, die für das Wachstum verantwortlich ist, auch die notwendigen Kompetenzen im Bereich Growth Hacking mitbringt. Etwas schnell wachsen zu lassen, das kann gelingen. Wir sehen ganz viele Unternehmen da draußen, ihr wisst es, ich war früher selber in einem Venture Capital Fonds als Angestellter, Assistent der Geschäftsführung tätig. Ich habe ganz viele Unternehmen gesehen, die sauschnell wachsen und das ist ja auch absolut okay, wenn diese Unternehmen sauschnell wachsen, aber diejenige oder derjenige oder all diejenigen im Plural, die im Driver Seat sitzen, die Entscheidungen treffen, die beratend für diejenigen, die im Driver Seat sitzen, dann zur Seite stehen, haben die das notwendige Kompetenzspektrum, um das schnelle Wachstum wirklich gesund, nächster wichtiger Begriff, gesund realisieren zu können. Wenn es kein gesundes Wachstum ist, ist es kein langfristiges Wachstum und auf das langfristige betrachtet, ist es gar kein Wachstum, denn am Ende wird dieses System zusammenbrechen. Und deswegen bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, baue ein Unternehmen, das auf Langfristigkeit ausgerichtet ist. Verzichte auf den einen Auftrag, wenn es jetzt zu viel ist und sprich mit dem Kunden in vier Wochen, zwei Monaten oder in einem Quartal. Das ist viel besser, wie jetzt einen Kunden on zu boarden oder noch mehr Ad Spend auf den Shop zu ballern, wenn im Moment die Struktur, also die Gesamtheit dessen, was für das Gesamtergebnis, was vom Kunden oder vom Partner gewünscht ist, wenn es das auch zulässt. Wenn dieses System, dieses Volumen nicht zulässt, aber du der Meinung bist, dass es jetzt unbedingt auf Press passieren muss, dann wirst du dir so viele Probleme einheimsen und unter Umständen am Ende sogar vor wirklich schwierigen Situationen im juristischen Kontext stehen, wenn dich Leute verklagen, du dann irgendwelche Probleme mit Behörden, zum Beispiel den Finanzämtern hast, aber das sind ja keine Zufälligkeiten, das ist ja keine zufällige Erscheinung, die dann auftritt in dem Moment, sondern das wäre alles absehbar gewesen. Nur du erzählst dir vielleicht im jeweiligen Moment, aha, ich bin ja jetzt so super schlau und ich mache mir jetzt zwar schon in der Annahme für zukünftige Probleme eine vermeintliche Lösung, damit ich diese zukünftigen Probleme kompensieren kann. Ich mache ein Beispiel, dieses Umsatzsteuerding, ja ich verdiene jetzt einfach ganz viel Geld und diese Umsatzsteuer, die bezahle ich dann später aus den generierten Überschüssen, das ist dann überhaupt kein Thema, sollte sich mal jemand melden. Was glaubst du, wie gut das gelingt? Ich hatte diesen Fall dieses Jahr und zwar eine siebenstellige Umsatzsteuernachzahlung. Man musste mit Investoren sprechen, man musste mit dem Finanzamt verhandeln, man musste hier wirklich Fingerspitzengefühl walten lassen, um diese Kuh vom Eis zu bekommen, um keine strafrechtlichen Konsequenzen gegen meinen Mandanten einleiten zu lassen, um die entsprechenden Behörden auch wirklich über den relativ komplexen Sachstand zu informieren, um daraus eine Formulierung abzuleiten, die nicht unter Umständen in die Straffälligkeit hineinfällt, wo man quasi schon zugesteht, dass man einen Fehler gemacht hat und vorsichtig. Ich bin kein Rechtsanwalt und kein Steuerberater, aber ich habe tagtäglich mit diesen Berufsgruppen zu tun, in der Zusammenarbeit für meine Klienten, um genau diese Probleme zu lösen. Und jetzt kannst du dir die Frage stellen, hattest du, beziehungsweise glaubst du, dass du es in der Zukunft haben wirst, Probleme dieser Art, wo einfach deine kurzfristige Denkweise den langfristigen Erfolg regelmäßig zunichte gemacht hat? Schau dir die anderen Videos an. Alles, was ich sage, ist auf Langfristigkeit, auf Solidität und auf Stabilität ausgerichtet. So auch dieser YouTube-Kanal und so auch der Content auf selbigem. Und wenn du der Meinung bist, dass dich dieser Content interessiert, dass er dich in deinem unternehmerischen Wirken auch weiterbringt, dann gib diesem Video bitte einen Daumen nach oben, hinterlass ein Abonnement für den Kanal, denn ich publiziere hier wirklich mindestens zwei Videos pro Woche, mit sehr viel Mühe, mit sehr viel inhaltlicher Hingabe für dich. Mir selbst brauche ich es nicht erzählen. Ich erzähle das Ganze für dich, damit du eine bessere Grundlage hast, damit wir zusammen in dieser gesamten Wirtschaftskette wachsen können und damit ich natürlich dann ganz am Ende dieser Wertschöpfungskette Unternehmen habe, wo es sich lohnt, diese auch erfolgreich an Investoren und Strategen weiter zu verkaufen. In diesem Sinne, ich hoffe, dass das Video für dich von Interesse und von Relevanz war, freue mich auf das nächste Video mit dir und wünsche dir einen tollen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann du das Video hörst. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Dein Matthias, ciao.